Hey, herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VIII. Ja, ich weiß, das haben wir alles schon gesehen, aber ich hab mich jetzt im Internet noch einmal informiert, wie das hier vernünftig funktioniert. So nicht, man muss dann natürlich schon ein Ja machen. So, setzen wir nochmal komplett zurück. Wie man hier durchkommt. Wenn wir so weitergespielt hätten, wie wir da beim letzten Mal aufgehört hatten, würden wir am Ende nicht weiterkommen. Und nicht zu unserem Hauptgegner kommen. Hier muss man zwei machen. Soweit ich das noch weiß. Beziehungsweise ich hab's mir aufgeschrieben. So, jetzt geht dann die nächste Tür auf. Genau. So, der Dame ist mal auch da. Und hier haben wir nämlich noch so ein kleines Extra-Terminal. Da müssen wir zwar vier Energieeinheiten für verbrauchen. Aber... Ja. Sehr schön. Dafür kommen wir hier rein. Was haben wir hier? Medica. Braucht kein Mensch mehr. Dann hier hinten an das Terminal. Ja. Hier kriegen wir nämlich wieder sieben. Dazu gerechnet. Und dann passt das auch von der Anzahl her. Dann öffnet sich auch später das letzte Tor. Hier müssen wir dann jetzt eininvestieren. Jawohl. Sehr schön. Genau, mach mal auf. So, dann hier runter. Da müssen wir dann wieder eins investieren. Na. So. Eins oder Null. Bei Null passiert gar nichts. Hatte ich schon versucht. Aber... Da tut sich... Nichts. So. Jetzt geht die nächste Tür auf. Wir brauchen nämlich... Wenn wir unten... Äh... Das große Tor geöffnet haben... Brauchen wir noch zehn Einheiten... Um ganz am Ende weiterzukommen. Und wenn wir diese sieben Einheiten vorhin nicht gekriegt hätten... Dann... Könnten wir die letzte Tür nicht öffnen. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurück... Und die ganze Scheiße nochmal machen. Und bla 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 bla. Dann machst du nix. Und jetzt passt das. Bei der letzten Tür hier müssen wir glaube ich vier... Da werden ja automatisch vier abgebucht glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht vertue... Ja. Vier werden benötigt. Zehn bleiben über. Das ist optimal. Das ist genau so wie wir es brauchen. Sehr schön. Ich hätte euch das jetzt auch alles einfach erzählen können... Aber besser... Ich zeige euch das. Weil es gibt ja auch Leute... Die das eventuell noch nicht gespielt haben... Die das nicht kennen... Und die sich dann fragen... Au alte Scheiße... Wie komme ich denn da weiter? Die quillen sich da runter... Kämpfen sich durch die... Durch die... Durch die Gegnerhorde... Und stehen am Ende vorm Tor... Und kommen noch nicht weiter. So. Ja. Ja. Danke. Ich muss hier da rum. So. Sehr schön. Ah. Da ist... Da ist der Treppe. Äh... Wo müssen wir denn? Hier müssen wir rum. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht... Wo komme ich denn hier weiter? Hallo? Ähm. Ah. Haha. Sehr schön. Was haben wir hier? Triple. Interessiert mich jetzt auch nicht. Haben wir alle voll. So. Das sieht gut aus. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass dieses Gegner 0% eigentlich überhaupt nicht wirken dürfte hier. Hm. Keine Ahnung. Tut es aber anscheinend. Normalerweise sind hier richtig... Richtig harte Gegner. Und was ich noch gelesen hatte... Moment. 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 Mal gucken, ob wir das überhaupt haben. Äh. Wünschelrute. Wünschelrute haben wir. So. Denn hier unten... Ist noch ein versteckter Speicherpunkt. Das ist ganz nett. Das ist, äh... Schick. Sagen wir es mal so. Jetzt gleich kommt nämlich ein... Ich weiß noch gar nicht, ob der so heftig wird. Das werden wir dann sehen. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt gespeichert. Ja. Zehn. Siehst du hier brauchen wir zehn Einheiten. Dampfdruck. Dampfdruck. Zehn. Erreicht. Funktion. Reaktivieren. Jawohl. Reaktivieren mal. Wozu so tief unter der Erde. System bereit. Funktion wird aktiviert. Wow. Da wird etwas von unten hinaufgezogen. Irgendwie ein mulmiges Gefühl, nicht? Das mag sein. Was geht hier denn ab? Na, dann zieh mal. Ah, er rollt anständig das Seil auf. Ding. Oh, oh. Äh, Ausgrabungsarbeiten wieder aufgenommen. Evakuierung angeordnet. Ja, wieder aufgenommen. Na, jetzt bin ich aber gespannt hier. Die Steine schwingen. Hm. Die Luft ist stickig. Na. So, und jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Wir müssen erst mal gucken, was der, was der für Zauber hat. Oh, das nehmen wir erst mal mit. Was hat er denn da? Oh, geil. Das, 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 das müssen wir uns ziehen, Leute. Das müssen wir uns ziehen. Ähm. Erst mal müssen wir uns heilen. Weil ich nicht genau weiß, wie das aussieht hier. Von wegen sterben. Und hast du nicht gesehen. So, Ulti. Warum kann er das nicht, warum kann sie das hier nicht lagern? Oh, verstehe ich nicht. Alter. Machen wir keine Faxen hier. Warum kann sie das hier jetzt nicht lagern? Hat die keinen Platz mehr da? Warte mal. Die hat alles 100. So eine Scheiße. Ne, warte da. Ach, das. 18. So eine Kacke. Warte mal. Kann ich hier irgendwie wieder zurück ins Hauptmenü gehen? Dann würde ich ganz gerne nochmal laden. Wobei wir uns natürlich auch eben selbst killen könnten. Ja, ja. Mach du da mal den kleinen Zauber. Das bringt dir überhaupt gar nichts. So. Na, alles Mist. Was ist denn da los? Na, ihn hätte ich vielleicht so lange lassen sollen. Bis er die anderen platt gemacht hat. Schiete. Schiete. Wow. Da hat er uns weggerotzt. Der kleine Hund kommt. Lebt uns wieder. Das ist ja super. Komm. Was passiert? Was macht er? Na ja. Na Mist. Das ist ja super. So. Na, das war so alles nicht geplant. Ich wusste jetzt nicht, dass die... Äh. Dass Rinoa kein Platz mehr hat für den Zauber. Das ist auch so ein bisschen optimal. Ah. Gut. Das ist jetzt. Ist gelaufen. Aber zum Glück hat man da ja gespeichert. Von daher ist das noch zu verkraften. Ja, der ist schon tot. Brauch's nicht mehr. Der ist weg. Okay. Der ist... Den hat's... Den hat's da hin gerafft. Alle kampfunfähig. Das ist ja der Knüller. Ja, game over. Laden. 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 So, bevor ich jetzt hier irgendwelche Faxen mache. Ja, erstmal das Koppeln wieder. Ändern hier. So. Das sieht gut aus. Ähm. Genau. Tauschen. Komm, das machen wir mal. Das kriegt er hier mal. Als kleines Zwischenlager. Was hat's da denn noch, was nicht interessant ist? Keine Ahnung. Ja, komm hier. Schlafbrauch. Toll. Naja, warte. Warte. Das können wir doch, glaube ich, irgendwie wegschmeißen, ne? Ja. Mach mal weg. Blenden kann auch weg. Schweigen kann auch weg. Den Rest lassen wir uns mal. So. Mal gucken, wie viel Platz wir noch haben. Auch nicht mehr viel. Das ist ja der Knüller. Was machen wir denn da weg? Machen wir da gleich weg? Wir schlafen. So. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Egal. Scheiß drauf. Ordnen. So. So. Tauschen. Na, wo ist es da? Unten. Schlaf weg. 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 Braucht kein Mensch. Habe ich zumindest noch nie gebraucht. Ach, warte mal. So eine Kacke. Jetzt könnten wir natürlich nochmal eben speichern. Falls das alles nicht so klappen soll. Na, wie ich mir das vorstelle. Kann man dann... Natürlich nochmal. Beziehungsweise da muss ich die ganze Scheiße nicht nochmal machen. Oh, ich dreh gleich durch. Leute, ich dreh gleich durch. Zauber. Benutzen. So, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wunderbar. Wunderbar. So. Jawohl. Sehr schön. So gefällt mir das. Das ist wieder die falsche. So. Zack. 60% Stärke. Das ist wichtig. So. Und jetzt... Machen wir das mal hier. Kann man das irgendwie... Ja. Ja, das haben wir alles schon gehört. Alles schon gesehen. Alles schon getan. Schon gemacht. Ja, weiter, 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 weiter. Mulmiges Gefühl. Was geht hier ab? Ich hab keine Ahnung. Als ob wir das nicht schon gehabt hätten hier. Verdammte Kacke. Na, bist schon fertig? Kann ja nicht sein. Ja, dann hol mal hoch. Gib Gas. Und nicht den ganzen Dachzeit. Gib mir der Weapon. Gib mir der Weapon. Ah, jetzt gleich. Müsste es dann losgehen. Aber natürlich, wie gesagt, gucken, dass wir da auch jeder schönen 100 Ultimat. Das wäre fantastisch. 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 Und da ist er wieder. So. Wollen wir erst mal Eden ziehen. Und jetzt schön Ultima reinballern. Ja, ja. Mach du Men. Mach du Men. Rapunzel. Du kriegst direkt einen zurück. Mein Freund. Direkt. Auf den Sack. Na, was soll das denn? Dann kannst du nie bringen. Alter Spasti. Die. So. Jetzt müssen wir natürlich erst mal wieder komplett heilen. Wir dürfen natürlich nicht drauf gehen. Das ist ja klar. Das war aber schlecht. Das war nicht viel. Das war nicht viel. Das war auch nicht unbedingt megamäßig. Ja, aber das geht. Das geht. Meteor. Ja, ja. Können wir alle mal eine Runde ziehen. Das halten wir aus. So. Und das war es auch schon. Mit dem Damage. Oh. Jetzt geht. Jetzt geht irgendwer drauf. Jetzt geht irgendwer drauf. Phönix-Feder. So. So. Zack. Einmal vollballern hier. So. Das sieht wieder gut aus. Ey. Jetzt schon wieder Lichtsäule. Willst du mich verarschen? Aber. Alter. So werde ich nicht mehr fertig heute. So werde ich nicht mehr fertig. Alter, du willst mich doch verarschen. Du bist ein ganz schön fixes Bürschchen, ist dir klar, aber. Aber ich will unbedingt Ultima voll haben. So. Einmal hochheilen. Schon wieder Meteor. Meine Fresse. Du machst mich fertig, Kerl. Du machst mich fertig. Ja, das ist ja super. Das ist ja fantastisch. So. Zack. Auch eine Ladung. Noch eine Ladung. Und mir fällt gerade ein, ich sehe gerade, wir könnten hier mal eine Pause machen. Ich ziehe derweil Ultima ganz gemütlich zu Ende. Und sobald ich Ultima mit allen Charakteren voll habe, sehen wir uns dann wieder beim Kampf. Also rein theoretisch verpasst ihr überhaupt nichts, außer wie zwischendurch meine Charaktere sterben. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.